Ja, ich fühle mich sehr gut. Ich musste ein langer Zeit, zwei Jahre, bis ich das erste Mal wiederholen kann. Und das war auch meine erste Reaktion in Chias. Es ist sehr gut und ich bin sehr glücklich mit meinem Rennen. Ja, es war wirklich schwer. Ich hatte einen schweren Sommer und am Anfang der Saison war der Start sehr schwierig für mich. Ich hatte keine Chance, um eine gute Position zu erreichen. Und heute wieder auf dem Podium und im ersten Platz ist es unglaublich.